hier auf meinen Kanal ja heute ich zeige ich euch mal im Hintergrund Mainz Server wie er so aufgebaut ist ja ich würde sagen ich werde morgen wahrscheinlich online kommen vielleicht auch nur morgen nicht also nicht nur am Abend keine Videos entstehen werden und auch keine hochgeladen werden vielleicht werde ich heute noch ein paar hochladen und naja das war's die Großen und Ganzen eigentlich von der Map und von der den Video eigentlich okay das war's in diesem Video und ciao